Oida, was geht ab Leute, Team Bubbled hier. Heute mit einem weiteren Match mit dem neuen Monarchendeck. Hat gestern gegen Cheung und sein PP-Deck gewonnen. Nochmal danke an den Leiden den Dennis von Team Ragnarok für die Zeit und die Matches. Schaut bei ihm vorbei, ansonsten spielt er heute gegen Tati und Cosmo. Sollte theoretisch ein besseres Match-Up haben. Mal schauen, wie die Monarchen sich so schlagen werden und ob die Unerfahrenheit von Tati und Cosmo eine Rolle spielen werden. Ansonsten viel Spaß beim Duel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020